Die 1000 Euro Morgenwette. Das war in Fachkreisen genannt Obst und das ist Schaleen und das ist ein Picknick und wir sind gerade bei der unschlafbaren 1000 Euro Morgenwette am Start. 89 Euro einkaufen. Auf und Cent genau. Los geht's. Brumm, brumm. Kannst du dich noch an die Fleischerei-Fachverkäuferin vom letzten Jahr erinnern? Sind sie schon vergeben? Ja. Dann sagen sie am Ex-Mann bitte Bescheid, dass sie zu mir essen kommen. Ob sie heute wieder da ist? Vielleicht hast du ja Glück. Dann lass uns mal gucken. Vom letzten Jahr, vom letzten Jahr. Komm mal. Wieso mal nicht? Solcheschein. Nach einem Jahr sehen wir uns wieder. Hallo. Ich finde, du siehst auch besser aus als letztes Jahr. Dankeschön. So perfekt Hackfleisch aufs Brett packen kann nur meine Traumfrau. Ich lieb sie. Oh Gott, scheiße. Harry, Harry, du bist den Käse wohl nicht lieb. Doch, den müssen wir jetzt mit drüberziehen. Wir sind jetzt schon bei 89,29. Den Käse müssen wir drüberziehen. Ja? Okay. Und sind damit bei 91,28. Typisch Frau. Viel zu viel Geld ausgegeben. Luisa, herzlichen Glückwunsch zu 1000 Euro. Komm, lass uns schnell verschwinden hier. Die 1000 Euro Morgenwette. Jetzt einfach Wette schicken. Auf der neuen 89.0 RTL App. Und einschalten. 89.0 RTL. Die besten Hits von heute.